Musik Yes Freunde, willkommen zurück, Disney Infinity immer noch am Start und jetzt sind wir in der Welt der Unglaublichen, denn jetzt wollen wir hier mal ein paar Kapseln suchen, wie wir das letzte Mal schon in der schönen Welt von Cars getan haben. Da oben links sehe ich sofort eine, deswegen werde ich jetzt auch mal direkt meinen hier Incredible Copter nehmen, den hier, einsteigen und werde dann gediegen da hoch gleiten. So ein bisschen runter und zack Kleidung, Sondereinsatzkommando, sehr schön. So, hier muss man natürlich überall gucken, wo man, guckt hier, seht ihr, hier oben sind schon die Kapseln, finde ich gut, finde ich richtig cool. Zack, Metroville, Dekorationsspielzeugpaket, hier liegt nämlich noch eine Menge rum, das weiß ich ganz genau. Und hier kommen auch immer wieder Monster, warum, weiß ich nicht. Hier unten muss ich mal gucken, was brauche ich da, den Syndrom, ne? Ne, die Mutter brauche ich, die Mutter habe ich doch. Die Mutti. Da ist die Mutti, zack. Öffnen wir den Hobel direkt, steigen ein und machen dann auch direkt weiter. Und fliegen mal hoch über die Dächer, um zu gucken, ob hier, seht ihr, da ist nämlich schon die nächste. Viele sind nämlich noch in der Luft hier. Akzentsyndrom, habe ich mir nämlich alles gemerkt. Ne, also hier muss ich sagen, wusste ich schon vorher, dass hier noch viel rumliegt. Ne, ruhig, ah komm, holen wir erst die grüne, ist okay. Zack, okay. Jetzt muss ich aber mal drehen. Stopp, 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 stopp. Und jetzt hoch. Ein Stück noch, ein Stück runter, okay. Zack, und weiter. Dann mal da hoch. Dann die Kapsel, die holen wir uns auch. Wand, super halt, richtig geil. Das sah gut aus. Das sah richtig episch aus. Hier oben ist noch eine grüne Kapsel. Wow, 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 war das grell, ne? Komm, geht mal da einmal ab kurz hoch, bitte. Geh mal da ruhig hin. Genau, ich muss mal eben das hier zerstören. Zack, genau, 7 von 30. Diese Superhelden muss ich ja auch frei, ähm, ja, frei bekommen. So, hier ist noch eine Kapsel. Und da war auch noch eine, ne? Ne, das war ein Rohr. Okay, hab ich mich vertan. Passiert, machst du nix. Weiter geht's. Da hinten sind noch zwei. Da oben links sind auch noch welche. Mein Gott, ey. Ich habe alles liegen lassen, ne? Krass. Und immer diese Gesichter hier. Komm, hoch, 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 ziehen. Genau. Da ist sogar noch eine grüne. Feuerwehrachse. Hoch, 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 hoch. Oh, zurück ein Stück. So, zack. Weiter, weiter, weiter. Wo sind die Kapseln? Da sind die Kapseln. Weiter geht's. Oh, falsch, 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 falsch. So. Jetzt Gas geben. Jawohl. Da ist auch noch eine. So. Schön, schön, schön. Diese ganzen Sachen drehen. Boah, da geht mir aber schwindelig bei, ey. So, jetzt holen wir mal die hier. Was ist das hier? Gar nichts, ne? Da war der Kapsel. Stopp, stopp, stopp. Hoch, 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 hoch. Äh, drehen. Da hinziehen und jetzt Gas geben. Genau. Zack, Kleidung vom Bürgermeister. Ob ich da hininkomme oder ob das, ob das nicht geht. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Weil da war ich ja vorher noch gar nicht. Ah, ich will nicht. Ah, verdammt. Hehehe. Hm. Wo sind die Kapseln? Die Kapseln, wo sind sie? Da unten ist eine Mission. Ha. Ha. Boah, ich bin ganz ehrlich. Jetzt so ein Polizist habe ich keinen Bock. Deswegen wird das jetzt auch nicht gemacht. Deswegen gehe ich einfach weiter zurück. War da eine Kapsel? Ne, war nicht. Habe ich mich wieder verguckt. Aha. Dö, 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 dö. Aber jetzt habe ich auch schon viele gesammelt, ne? Muss ich sagen. Also, es war nicht gerade wenig gewesen. Was da hier noch so rum lag. Schon krass. So, was ist da? War da auch die Mama? Ne, da war Syndrom. Okay. Den habe ich leider nicht. Deswegen. Aber da oben ist eine Kapsel. Die bekomme ich aber. Zack, genau. Kleidung, Polizist. Hier ist noch eine Kapsel. Zack. Kleidung, reiche Dame. Und einmal hier bitte warten. Einmal das Zerstören. Danke. Weiter geht's. Nimm. Schnell. Nimm. 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 Schwerter. Voll. Juhu. Wow. Was ist da? Auch der Zyni. auch der Sünni und da war das war das der Sünni ne ne da ist Mama Mutti yeah Elastikant jawoll drehen wir einmal hier in ne Runde mal gucken was hier noch so ist dahinten ist nämlich auch was gucken wer da zum öffnen ist wieder die Mama was ist denn hier los mit der Mama Heldenmonument hallo ja ich dachte ich hab den Syndrom besiegt warum kommen denn hier immer noch Gegner da hinten ist Norbert das war der Sünni genau das war der Sünni den hatte ich ja schon gerade gesehen so da war doch ne Kapsel ne einmal bitte drehen deswegen ich kann ja nicht um die Ecke gucken ne einmal bitte in Heli landen danke zack und zack Metrobell Dekoration Spielzeugpaket so hier auf dem Wasser war auch noch immer ein bisschen was gewesen jetzt fliege ich mal aber eben schnell da rüber da oben an der Fahne ey ich hab bekloppt Arzt go fire voll und einmal bitte danke ey 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 Heli wohin ich brauch dich doch noch so er will mir nur Techniken zeigen wie ich stärker werde na ne jetzt nicht einmal hier gucken aber dahinter ist noch ne Kapsel seh ich gerade zurück zurück und davor so jetzt aber bring hehehe ah jetzt sind sogar zwei zack und zack Mr. Mrs. Incredible Besiegssyndrom Statue Mr. Incredible Besiegssyndrom Statue Ah cool So Bisschen langsam der Heli ne der könnte auch ein bisschen Gas geben ja um Freien boah ich weiß noch wie ich da den einen da retten musste ne boah das war fatal ey boah mit dem Rovercraft ne boah hab ich nen Hals gehabt auf den ey da ist nichts einmal gucken da ist nur ne Tür da ist ne Herausforderung nichts 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 hier war ich glaube ich schon gewesen ne da oben ist nochmal was zum zerstören da auch für die Superhelden mal gucken vielleicht kriege ich die ja noch schnell alle gerettet hier stopp zack 22 8 Stück fehlen noch da ist keiner da auch nicht und hier ist auch nichts ich weiß ich sehe jetzt schon den letzten ne den bist du wieder am suchen am suchen deswegen so was sollte man immer wenn man so was sieht dann sollte man das am besten immer sofort nein deswegen sollte man sowas immer eigentlich sofort zerstören am besten damit man hinterher keine Probleme damit hat ehrlich nur als kleiner Tipp mal von mir so nebenbei nein stopp falscher Knopf zack noch 6 boah das ist aber ganz schön hoch hier ne und das ist so grell ne im Gesicht dann juhu hier ist nothing dort ist da ist was da war der genau da war der Zyni okay hier ist nichts hier ist auch nichts hier müsste da bestimmt nochmal irgendwo was seien hier zum zerstören für so ein Held wiederholen oder so da ne jau zack 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 genau einmal konzentriert hier gucken einmal hier hochziehen da war ich ja gerade da seht ihr es da ist auch schon wieder eins diese Dinger sind überall ne die Dinger sind überall 4 Stück fehlen noch da ist auch ne Kapsel die hab ich gerade gar nicht gesehen und da ist wieder so ein Ding zack zack ey wie ist das obwohl putz so so noch 3 einmal hier gucken nicht dass hier doch irgendwo was ist ne aber scheint nicht mehr so zu sein deswegen gehen wir mal hier ganz langsam weiter fliegen wieder zur anderen stadt fliegen wieder zur anderen stadt wow 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 ich mach mal eben so jetzt drehe ich mal eben schnell einmal gucken was hier noch so ist da war jetzt nichts sieht jetzt da ist nichts gewesen ne ok 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 jetzt fliege ich hier noch die 3 Blöcke mal drum und dann sind wir aber auch schon am Ende unserer Sendung wieder unserer Folge ist auf hier noch einmal gucken hier scheint nichts zu sein ja sieht nicht so aus so und drehen stopp genau hier raus hier bleiben wir jetzt stehen denn in der nächsten Folge werden wir dann den Polizisten helfen also Freunde in dem Sinne bin ich raus danke fürs Einschalten zu hören alles andere auch wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja haut da rein bis zum nächsten Mal